Also, wir begrüßen Andrea und Michael Günther. Mittlerweile wieder aktiv im Wettkampf geschehen. Dieses Jahr noch Deutsche Meister und Bestdeutschen Meister 2012 im Buggi. Also, herzlichen Applaus für Andrea und Michael Günther. Vielen Dank. 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 Bye. ... 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 ...... ... ... ... ...... ...... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020